Ja und heute geht es um Sanftest Krafttraining. Schnappt ihr eine Wasserflasche oder die LOs. Herzlich Willkommen zum Sanftest Krafttraining. Sanftest Krafttraining heißt, wir machen viele Wiederholungen ohne Gewicht, ohne Zusatzmittel. Okay? Du brauchst wieder am besten feste Schuhe, bequeme Keine, etwas zu drehen. Stell dich locker hin und atme tief ein. Tief ein und aus. Noch einmal. Tief ein und aus. Bleibe oben, öffne die Arme, Kopf nach rechts, nach vorne, nach links. Vor, Hände tief, Schultern zurück, Bauch einziehen, Kopf geht fort. Roll den Kopf nach rechts, zur Mitte, nach links. Zur Mitte roll dich auf, seit, seit, auf links. Töp und töp. Hebe dein Brustbein an, spann den Bauch an, den Popo auch. In vier, drei, singe Schultern, Kreis, zurück. Und ein halber Kreis mit den Armen. Vier, drei, ein ganzer Kreis. Ziehen. Vier, drei, vier, drei, vier, nach vorne. Vor, vor. Ein Leg Curl dazu. Die Ferse zum Popo. Nimm beide Arme mit. Vier noch. Drei. Zwei, 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 drei, und zieh den Arm nach oben. Hoch, hoch. Und nimm beide Arme mit. Hoch. Vier, drei, halte die Arme oben. Und zieh nach außen. Zieh, zieh. Vier, vier, drei, zwei, ein Side Leg Clip. Guck mal, wir tappen, wenn möglich, die Ferse an. Du musst nicht, du kannst. Soweit du kommst. Vier, drei, zwei mehr. Und Knie hoch. Knie, 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 Knie und Knie. Hebe den Brustbein an. Spann den Bauch und Bato an. Und zieh die Arme schon mit Kraft zum Knie. Bereit? Verdabeln. Zwei Mal. Zwei. 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 Noch einmal. Zwei. Zwei. Vier noch. Drei. Singles. Yes. Aus. Singles. 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 Zwei. Das Knie umziehen. Go, go. Warm werden. Vier noch. Drei. Zwei noch. Und wir marschieren. Marsch, 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 Marsch. Und schon ein bisschen die Knie hochheben. Marschieren. Vier noch. Drei. Zwei. Und wir tappen mal nach hinten. Tapp. Ich zeige es dir von der Seite. Ein, tappen nach hinten. Und streck den Arm nach oben. Hint den Brustbein an. Bauch fest. Bobb auf. Nimm beide Arme mit. Den Rücken aufwärmen. Halt dich schon deine Grundspannung. Vier noch. Drei. Zwei mehr. Und wieder Knie hoch. Wechsel in den Knie. Die letzten vier. Drei noch. Zwei. Und halte das linke Bein. Halte. Öffne die Arme. Kurze Bewegung mit dem Knie. Stand beim Beugen. Brustbein an. Nimm die Daumen mit nach hinten. Atme durch die Nase. Ein, durch die Mund aus. Und wechsel das Band. Hoch. Zehner ziehen. Stand beim Beugen. Die letzte. Vier. Drei noch. Zwei. Und wir lösen. Hände auf die Oberstädte. Daumen nach innen. Und einrollen. Und lösen. Einrollen. Und lösen. Die letzte. Vier. Drei. Zwei noch. Roll dich langsam ab. Bist du bereit für viele Wiederholungen? Und marschier auf links. Gut, gut. Dann lass uns ein bisschen loslegen. Wir hüten die Knie ein bisschen höher. Nimm die Arme mit. Schöner Marsch. Marsch, Marsch. Und wir öffnen meine Beine. Marsch, Marsch. Und wir schließen wieder. Vier. Drei. Und wieder öffnen. Öffnen. Und schließen. Wir öffnen. Und schließen. Letztes Mal. Öffnen. Wir bleiben hier. Bleib hier. Komm ein bisschen tiefer. Marsch, 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 Marsch. Noch tief. Marsch, Marsch, Marsch. Sehr gut. Und noch ein bisschen die Knie gehen. Viele Bewegungen. Viele Wiederholungen. Vier. Drei. Und wir bleiben stehen. Guck mal. Tief. Tief. Hoch. Und hoch. Tief. Tief. Mehr, mehr. Wenn du tief gehst. Verlagst du dein Gewicht auf die Kersen. Bauch und Popo fest. Und schieb den Popo nach hinten weg. Die Zehen hochziehen. Dann zieht automatisch die Knie hinter den Zehen. Tief. Tief. Hoch. Und hoch. Und nimm die Arme mit. Außen. Nach außen. Noch mal. Beim Hochgehen leicht gebeugt die Knie. Und sink. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Mehr, mehr. Und kurze. Kurz. 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 Und kurz. Ruhig einatmen. Locker aus. Schultern tief. Halt die Arme. Auf Schulterhöhe. Sehr gut. Vier. Drei. Rechts marschieren. Marsch, marsch. Marsch, marsch. Marsch, marsch. Atme ruhig ein. Nimm die Arme mit. Und die Knie ein bisschen höher. Komm tief und hoch. Tief. Und hoch. Und wieder Gewicht auf die Töne lassen. Wenn du soweit bist. Nimm die Arme mit. Tief und hoch. Tief. Halt. Tief. Kleine Feine. Tief. Kleine Feine. So. Und jetzt wird es schon ein bisschen schwerer. Viele Wiederholungen. Ohne Gewicht. Und ganz kurze. Kurz. Kurz. Halte die Arme hoch. Kurz. Kurz. Gewicht auf die Fersen. Bauch und Popo fest. Sehr schön. Vier. Drei. Und wir drehen uns eine Fersen drehen. Kommt mal. Hinter dem Fersen geht hoch. Sein vorderes Knie hinter der Zähne. Hebe deinen Brustbein an. Sicherer Stand. Wie ein Aufzug. Geht es tief und hoch. Tief. Tief. Hoch. Und hoch. Zieh die Schulter nach hinten unten. Zieh den Bauch ein. Die Popo ab. Ja. Egal was passiert. Sie sind der Fersen hoch. Vor das Knie hinter der Zähne. Beide Beine zeigen davon. Sehr gut. Sicher. 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 Ruhig einladen. Und wieder auf viele Wiederholungen. Freuen. Mehr, mehr. Vier noch. Drei. Zwei. Himm die Arme mit. In den Buttons rein. Zieh. Ellenbogen auf Schulterhöhe. Sehr gut. Und wieder Bauchspann. Die halbe. Tief. Halb. Tief. Und hoch. Tief. Und halb. Halte die Spannung. Vier noch. Drei. Zwei. Bleib mal unten. Nur die Arme. Zieh. Drehe die Beine ein. Bauch und Poppuppes. Und guck mal. Ellenbogen ist am Schulterhöhe. Vier noch. Drei. Zwei noch. Kommt auf vorn zurück. Marsch, marsch. Auf links. 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 Kommt tief mit den Poppuppen. Knie hoch. Marsch, marsch. Nimm die Arme mit. Und übertreib ein bisschen. Arme. Zieh da ein bisschen höher. Kommt. Zieh. 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 Hülle oben. Und die Bombe zu tief. Vier noch. Drei. Zwei. Kommt tief und hoch. Tief. Und hoch. Gewicht wieder auf die Ferse. Bauch und Poppuppes. Ist ihr warm genug? Okay. Schulter tief. Greif für die Arme. Zieh sie nach außen. Auf Schulterhöhe bleiben. Ein bisschen mehr. Atme ruhig ein. Locker aus. Und die Halben. Tief. Halb. Tief. Halb. Klein und fein. Acht auf die Knie. Gewicht auf die Ferse. Und schön. Knie hinter den Zehen. Leine unten. Und ganz kurz wieder. Kurz. Kurz. Kommt tiefer. Die Poppuppe sind tief. Die Schultern auch. Hebt dein Brustbein an. Spann. Halb. Mehr, mehr, mehr. Vier. Drei. Und wir lösen. Redig weiter. Zweite Seite. Hinter den Fernen hoch. Und es geht hinter den Zehen. Brustbein an. Zwei Seiten. Tief. Tief. Hoch. Und hoch. Fehl der Berge mit. Legger den Aufzug. Ganz sauber. Tiefer hoch. Tief. Tief. Und. Beine sind nach vorne. Vorne ist die Hinterkirche. Hände sehr viel hoch. Und wenn du es so bist, machen wir das Ding. Tief. Und hoch. Beine in die Mitte. Halt. Halt die Bauch. Halt die Bauch und Popo. Spann. Und halb die Abtuch. Du schaffst das. Und wir nehmen die Arme mit. Diesmal nach außen. Zieh. Und hoch. Zieh. Und hoch. Von oben. Nach hinten. Durchziehen. Halt die Hände. Sehr schön. Die Halben. Yes. Tief. Halt. Tief. Und Halt. Zieh noch. Zieh die Hände um. Hinter den Körper. Vier noch. Schöne Halbe. Drei. Und die Beine fühl. Bleib unten. Nur die Arme. Zieh. Und hoch. Sieben. So sagt es das Ding gar nicht, gell? Vier. Noch vier wiederholen. Vier noch. Drei. Aber ein bisschen halb wieder nach vorne. Und nach vorne. Marsch, Marsch. Marsch. Komm wieder tief. Marsch. Ich hoffe, es geht dir noch gut. Marsch, Marsch. Vier. Drei. Wir schließen. Marsch, Marsch. Wir öffnen. Wir schließen. Wir öffnen. Ein letztes Mal schließen. 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 Und wir tapen. Schau mal. Tap. 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 Ist einfach. Dann tapen wir langsamer. Guck mal. Tap. 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 Vier. Und komm ein bisschen tiefer. Tief. Tief. Achte hier wieder auf die Knie und ziehen. Noch mal. Tief. Tief. Bauch und Bopo. Spannung. Rücken gerade. Schultern tief. Nacken lang. Vielleicht recheln. Vier quittes Muskel, oder? Acht her. Acht. Schaffst du die Arme? Locker. Das wusste ich. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Und marschieren. Marsch, Marsch. Wir drehen uns. Falls du Platz hast. Wie schon beim Bomm ab. Wir tapen nach hinten. Vier. Drei. Abwärts. Schau. Tap. 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 Finde deine Mitte. Bauch und Bopo fest. Und jetzt, Spannung in die Arme. Lande. Nimm beide Arme mit. Zieh. 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 Mach dich lang. Und der Oberpfalte die Beine nach vorne. Und der Tap geht nach hinten. Mach dich lang. Mehr, mehr, mehr. Noch eins. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und halten. 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 Bauch. Bopo fest. Nimm den Oberkörper weiter hoch. Und wir ziehen das Knie hoch. Und tief. Nochmal. Hoch. Und tief. Nochmal. Hoch. Und tief. Einmal mehr. Hoch. Und tief. Marsch. 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 Zweite Seite. Vier. Drei. Wir tapen wieder nach hinten. Tap. 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 Und tap. Weiter weiter. Und beide Arme. Nimm den Oberkörper wieder mit vor. Spannung. Halten. Streng dich. Vier noch. Drei. Zwei mehr. Und wir halten. 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 Kurze Bewegung. Ruhig einatmen. Und jetzt geht in die Arme mit. Halt. Und zieh das Knie nach oben. Halt. Und tief. Hoch. Und tief. Hoch. Und tief. Hoch. Vier noch. Drei. Nach hinten. Und geschafft. Schüttel die Beine aus. Wir gehen auf die Matte. Falls du eine hast. Ansonsten. Vielleicht die Couch oder der Boden. Wir gehen rückengerecht nach unten. Und Knie schon. Einmal getief. Und das Zweite. Wir gehen nach vorne. Die Übung bleibt. Stufe eins. Ab den Knie. Wichtig ist das Becken nach vorne. Die Hände sind unter den Schultern. Die Ellenbogen leicht gefolgt. Wer sagt, hier ist schon völlig ausreichend. Ist okay. Stufe zwei. Wir gehen tief. Und heben dafür die Knie hoch. Brustbeine anheben. Schultern tief. Und auch hier gilt, das Becken geht nach vorne und unten. Und halten. Stufe drei. Das hat dich noch deutlich mehr. Hebe deine Hand. Da, wo du dich wohlfühlst. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei noch. Und geschafft. Setz dich zurück. Atme ruhig ein. Und locker aus. Dann komm wieder nach vorne. Ähnliche Übung. Sie heißt Liegestütze. Du darfst die Beine überkreuzen. Muss nicht. Du kannst auch die normalen machen. Auf jeden Fall wieder nach vorne. Elbungen leicht gebeugt. Hände unter den Schultern. Komm tief und hoch. Tief. Und hoch. Und das Becken geht vor. Jawohl. Halt ihn hoch. Schultern tief. Tief. Mehr, mehr. Und wir kreuzeln die Beine andersrum. Und weiter geht's. Fühlt den Unterschied. Es gibt irgendwo die Schokoladenzeit. Und wir halten. Und wir tappen. Auf die rechte Schulter. Linke Schulter. Tief. Und hoch. Tapp. Tapp. Tief. Und hoch. Noch mal. Tapp. Tapp. Tief. Und hoch. Tapp. Tapp. Kreuz die Beine andersrum. Und weiter geht's. Tapp. Tapp. Tief. Und hoch. Tapp. Tapp. Tief. Und hoch. Let's start. Eine Jumpel noch. Tief. Und hoch. Sehr gut. Setz dich zurück. Greifen die Hand in die Lenkung. Dann komm wieder in den Vierfüßlerstand. Stellt direkt an die Füße auf. Die Hände wieder unter den Schultern. Mehr schon Probleme mit dem Handgelenk. Auf. Die Maus. Oder auf die Ellenbogen. Beides ist möglich. Und wir heben die Knie. Zwei Zentimeter von der Matte. Zwei Zentimeter. Und mach hier kurze Bewegung. Zwei Zentimeter. Über der Matte. Kurze Bewegung. Alle, die Nackenprobleme haben, nicht zu gut auf den Boden kommen, die Probleme haben mit den Bauchübungen, das ist die Ersatzübung. Ellenbogen leicht beugen. Die letzte. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ja, ich hörst du. Vier. Drei. Zwei. Und geschafft. Setz dich zurück. Handgelenk mit Kratzen. Komm langsam hoch. Stell dein Bein auf. Stütz dich auf. Schütte die Beine und die Arme auf. Stütz dich locker hin. Atme tief ein. Tief ein. Langsam raus. Noch einmal. Bleib oben. Den nicht nach rechts. Zur Gegenseite. Zur Mitte. Öffnen die Arme direkt nach hinten. Und zieh weit nach hinten. Genieße die Dänen. Umarmt dich selbst. Zieh die Schulterblätter direkt in zur Brust. Schließ die Beine durch. Und locker. Locker, locker. Schulter entweichen. Beide Schultern. Kreisen. Knie leicht beugen. Und dein letzter Kreis. Die Schulter nach hinten unten halten. Dein rechtes Ohr geht zur rechten Schulter. Die Linke. Und schütte die. Langsam zur Mitte. Vorsichtig zur Gegenseite. Gegenwand. Schütte die. Langsam zur Mitte. Die Hände auf die Oberschenke. Daumen nach innen. Roll dich ein zum Katzenbocken. Halten. Und roll dich langsam auf. Schnapp dir ein Bein. Zieh die Zehen an. Über den Sprunggelenk. Wo zieht du dein Kreis zurück? Stand beim Beugenbecken. Aufrichten. Ferse. Zieh zum Boden. Und wir wechseln. Zehen anziehen. Über den Sprunggelenk. Geht zur Pinden. Stand beim Beugenbecken. Aufrichten. Ferse. Zieh zum Boden. Über den Sprunggelenk. Spür die Oberschenkel vor der Seite. Und wir lösen. Beine aus. Das Hechtebein. Ein schön nach vorne. Ich zeige es dir von der Seite. Becken kippen. Stand beim Beugen. Hände nach hinten. Brust balance. Zehen hin tief. Oberschenkel. Rückseite fühlen. Und wichtig hier die Zehen tief setzen. Um den Dich aus Nerven zu entlassen. Langsam lösen. Und wechseln die Seite. Beine aufstellen. Becken kippen. Sehen tief. Stand beim Beugen. Hände nach hinten. Mit die Raden. Rocker zu tief gehen. Und wieder Oberschenkel rückseiten. Fühlen. Atmen durch die Nase ein. Statt den Mund aus. Langsam lösen. Beine nach Mauschen. Arme. Atmen tief ein. Lager aus. Leine oben. Nimm eine Hand nach hinten. Ein Bein nach hinten. Ich sage danke fürs Mitmachen. Bis morgen. Fertig. Schön. Na dann, bis morgen.